Ein Mann macht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sie treffen am Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie ständig frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien kaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine mehr. Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, all das schaffen sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus, für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's doch sage. Sie schwingen, reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Sämen, Tiger, Werfen, Messer wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Schlaflied singen, Fallschirm springen, Gewichte heben, Flachste kleben, in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen, stornieren, tanzen nachts, bis es kracht und morgens sowieso Bauch, Beine, Po. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Gar keine Frage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus, für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's noch sage, cause we are gonna be forever you and me. You always keep me flying high in the sky. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Aber nicht immer. Wenn ich's noch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus, Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage, für Frauen ist das kein Problem.